Hallo und herzlich willkommen zurück zu American Arcadia. Wir haben hier dieses kleine Rätsel immer noch mit dem Koffer finden. Was interessant ist, also AA3 muss ja auf jeden Fall richtig sein. Ich habe hier jedes Feld mit I aufgemacht und der Koffer war nirgends dabei. Das ist schon mal ein bisschen seltsam. Ob das vom Spiel so programmiert ist, das wäre man nicht instant auf das richtige Feld zugeht, man es nicht findet. Das würde ja auch keinen Sinn machen. Also das Problem ist, ich kann hier bestimmte Sachen nicht matchen. Also wir haben AA3, können wir matchen. Wagen 10 und 22 können wir damit matchen. I, 2, was uns ja die Tafel da sagt, können wir auch matchen mit 2, I. Oder hier, 2 und I. Aber diese Zahlen, die hier dran stehen, die habe ich doch nirgendswo. 10, 30, 11, 0, 5, 11, 45. Ach, 11, 45, unsere Abreise? Abreise, 11, 45. Achso, die Koffer werden hier so lang gelagert bis zu unserer Abreise und deswegen die Nummer. Also, Moment. Damage, ja. Keine Ahnung, wir probieren es einfach mal. 11, 45, das wäre ja auch passend jetzt hier. 2, I. Also 2 und dann I. Ah, das ist richtig sogar. Okay, I'll leave the badge inside. Let's hope I could get Trevor to the Cygnus in time. And then, out of Arcadia. Ob ich denn da nicht gleich drauf gekommen? Das war jetzt aber eine schwere Geburt. Trevor? Trevor, can you hear me? Huh? The coast is clear. Out of there. Now. Geez, that took a long time. I almost fell asleep inside that cart. You need to get into the luxury suite at the end of this hallway, so you can grab the badge. And make sure no one sees you without it. Okay, keiner darf uns sehen. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Können wir einfach durchwischen. Hier ist auch niemand. Dann rein da. Hey, da ist ein Autodroid in hier. Ja, es ist die Wohnung vorbereitet. Nur ignoriert es. Ich muss das Insta-Deliver-Device aufreißen. Weißt du, das Hotelzimmer auf jeden Fall? Geiles Bett. Oh, so ein rundes Bett ist schon echt cool. Ein fettes rundes Bett auf so einem Protest hat schon was irgendwie. Ja, ja, ich hol mein Badge. Das ist ja okay. Haben wir ein Problem? Ein unidentifiziertes Individuum. Bitte hol dein Badge oder lebe die Wohnung sofort. Vielleicht lebe. Please. This is not your room. Please. Turning off. Please. Start turning to devices. Turning off. Nachschna. Nachschna. apolog. перед. Ah, warte mal, warte mal. Wir müssen den Roboter bestimmt irgendwie einsperren. Was, geht das? Oh, ich weiß wie. Oh, okay, 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 ich hab's hier, wups. So, mach's gut. Okay, das war nice. So, jetzt machen wir den Bubz hier an. Okay, so, warte mal, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Hm, Two Looms. Okay, wir müssen jetzt hier hin. Das heißt, das passt soweit. Okay, wo ist der Koffer, ist die Frage. Äh, wo ist denn der Koffer? Hier? Äh, ich würde erstmal gerne den Koffer finden. Ah. So, okay, er kommt jetzt hier. Pass auf, dann machen wir so. Und schauen wir mal, wo er landet. Kommt jetzt gleich rechts, dann müsste er kommen. Oh, warte mal, müssen wir umdrehen vielleicht? Nö, das bringt jetzt nicht so viel. Lass uns mal sehen, du das rückwärts, ne? Okay, also, hm. Ah, warte mal. Ah, perfekt. Okay, jetzt geht er hier durch. Und geht hier hin. So. Wir haben ihn hier irgendwo, ne. Okay, jetzt ist er hier. Müsst ihn schon durchlassen, würde ich sagen, ne? Jetzt geht er an das Drehkreuz. Und jetzt können wir ihn drehen. Wo wollen wir ihn hindrehen, ist die Frage. Wir wollen ihn hindrehen zu... Hier. Aber wo ist denn... Warte mal. Das hier ist E, ne? Er muss zu E. Er muss zu E. Jetzt geht er da hin. Wo kommt er raus? Äh, hallo? Koffer? Da. Okay. Nee, wir müssen ihn, ich glaube, hier hinschieben. Jetzt geht er da durch und kommt hier hin. Und geht... Oh, ich glaube, wir hätten hier öffnen müssen. Er geht zu D. Also, wir machen hier auf. Ach, das war Quatsch. Wir machen hier hin, machen wieder so. So. Dann kommt er jetzt diesmal hier hin. Perfekt. Perfekt. So. Dann kommt er jetzt bis hier hin. So. Ein Traum. Sehr gut. Ja, 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 ja. Perfekt. Oh, er ist. Okay. What's the next plan? Oder the next step? Ach so, warte mal, können wir jetzt hier befreien. Now, Trevor, go to the elevator on the left side and join group six. He'll be exiting the city soon. Den armen, kleinen Roboter. Er guckt auch so grimmig. Jetzt freut er sich. Oh. Ja, Miss Lauren. Okay, whatever. So. Warte, äh, was ist die Fahrstür, ne? Vielleicht so, damit jemand anderem verwirrt. Nice. War grad ein Achievement. So. Rein da. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hey, du und Gruppe 6, Pau? Ein PA-P.A. hat Gruppe 6 auf den Busstab nur ein paar Minuten vor. Nope. Oh, wirklich? Really? Uh, danke. So much. You're welcome. Oh, and by the way, I have to say, your look is amazing, man. Straight from the good old 70s. Ah, haha, thank you. Good old 70s! Trevor, shut your mouth. What year are we in? We're in 2023. We're in the future? Lower your voice, dammit. It's Arcadia that's in the past. It's always been. I'll explain it to you later. So, check out. Have a nice day in Arcadia, sir. Thank you, but I'm afraid today is my last day in the city. Oh, we're so sorry to see you leave, but please, come back soon. Na klar. Trevor, what are you doing? You planning on becoming BFS with the Clark? I was just being polite. It's being polite and old-fashioned custom in 2023 or what? So, let's see. Let's go over here in the back yard bus stop. Oh, my God, I'm stupid. Excuse me, please. Group 6. Group 6. Please come to the back yard bus stop. So. Und dann lass uns mal hier rausgehen. Willen wir jetzt auch mal ein bisschen fahren? Oder was ist der Plan für uns? Ah, der Bus fährt jetzt raus, was? Group 6. Group 6, please. Ich glaube, der Bus ist kaputt. Ich weiß, wir sollten in ein paar Minuten gehen, aber es scheint, dass es ein bisschen Last-Minute-Problem ist mit unserem Bus. Aber nicht worry, unser guter Freund Antonio wird versuchen, es zu fixen. Und ich bin sicher, dass wir auf der Straße in einem Jiffy sind. Also, don't worry, Leute, ich guarantee you, wir werden es zu der Zentralstation in Zeit. Oh, keine Ahnung, du musst mich schuldigen. Wer ruft da an? Hallo? Kovacs. Wer bist du? Wie hast du das Nummer bekommen? Das ist Breakout-Speaking. Ich bin Nummer 6. Okay. Oh, oh. Sie ist aufgeflogen. Akt casual und try to answer everything calmly. Avoid mentioning any kind of involvement with Trevor Hills. Okay. I'll try to remember... Good luck. We're counting on you, Kovacs. Hey everybody, so, uh, I have some good news, and some bad news, which one do you guys want first? Okay, the bad news is that the bus carrying us to Arcadia Central Station is definitely out of order. But, but, the good news is that you get some extra free time until a new bus comes. You get to do some sightseeing. Isn't that great? Oh, come on. I know, I know, I know, folks, I am, I'm really sorry for the inconvenience, uh, but I will see you on the other side of memory lake, so please make your way over there and just wait for the new bus to come. Oh, oh, Kovacs, I can see one of the beastie guys, and he's looking for someone. Oh, no, 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 no. Dammit, what do I do? Move, Trevor, stay hidden. Hello, my name is Marcus Givert, Arcadia's Chief of Security. Hello. My job? To make sure nobody leaves Arcadia. My means? Whatever I consider necessary. My aptitudes? Hand to hand in armed combat, high speed pursuit, open field, manhauts, and detecting when someone is lying to me. Finkt ja alles sehr spannend. If you'll excuse me, I have a few questions to ask. Of course, yeah, no problem. Who are you talking to? Miss Solano. Is your name pronounced Angela or Angela? Both are fine, but most people call me Angela. Your name is Angela? Let's proceed. Um, may I ask why you're... I'm afraid that information is classified. All I can say is we're facing an extremely exceptional situation. An exceptional situations call. Oh, oh. Oh, Trevor! What are you doing there? Oh, schade. Let's try it. If you'll excuse me, I have a few questions. Yeah, ask your questions. Of course, yeah, no problem. Who are you talking to? Miss Solano. Is your name pronounced Angela or Angela? Both are fine, but most people call me Angela. Fine. Let's proceed. Um, may I ask why you're... I'm afraid that information is classified. All I can say is we're facing an extremely exceptional situation. And exceptional situations call for exceptional measures. Right now, I'm gathering information from all Walton stage technicians. So, is this like a... an interrogation or... Think of it more as... a loyalty test, if you will. I'll read you the questions out loud. Please select whichever answer best represents your views. Oh, God. I'll display the possible answers for you on the monitor to your right. I'm loading the app now. Oh, God. I'm not the multitasking type, right? That's gonna be fun. So. Weiter laufen. Oh, God. What's that look like, the guy? He's gonna turn around, the guy. According to you. Oh, yeah. Which one of the following is or has been the most influential figure in Arcadia? Elijah Walton? A revealing answer. I'll make note of that. Revealing. What do you mean by that? Loading the next question. Please stay silent. Let's go. Run, 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 run. Let me write that down, Ms. Solano. Oh, yeah. Schreib das mal down. Which one of the following images best describes your five years, eight months and seven days of work at Walton Media? Which one of the following is or has been the most influential figure in the next one? What's going on? What's going on? The party balloons. Interesting. Let's proceed. So, you're spotted in memory link. Drone, now. No, no. No, he didn't see me. Oh, come on. No, you. Saber! What's going on? I thought you could go through. Oh, please don't start from the front. Okay. According to you. Which one of the following is or has been the most influential figure in Arcadia? We'll take him again. Elijah Walton? A revealing answer. I'll make note of that. Revealing? What do you mean by that? Loading the next question. Please stay silent. So, let's go. So, then we're going through. Which one of the following images best describes your five years, eight months and seven days of work at Walton Media? Party Ballons, of course. Let's go. The Party Ballons. Interesting. Let's proceed. Loading the next question. Bitte? Okay, now we're going through. Oh, we're going through. We're going through. Excuse me. Here, we're going through. What does the initiative known as Breakout mean to you? Uh, of course, some Freaks. They are a dangerous activist group that threatens Walton Media's interests. Definitely. Are you sure you want to answer that? Yeah, of course. You can change your answer. No, 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 no. We're going through. Hmm, no. No, I want to keep my answer. A controversial opinion. Definitely. Loading the next question. Bitte? We're going through here. Suck. Okay, they can't see us. Then direct. Oh, God. Send drone to capture your subject now. Ah, yeah, come on. Oh, Neil. That was unfair. I've got you now, Miss Solano. I've got you now, Miss Solano. I said, I can't even go through. So. Refrain from selecting the image that does not match your personal preferences or likings. W-what? Äh, w-was? I have a glass. Sugary drink? Yeah. I don't think you understood, what I was asking you. But let's go on. Ich hab die Frage echt nicht verstanden. Weil ich nicht zugehört hab. So, jetzt aber schnell. Let's go, let's go, let's go. Oh, come on. Ich find das manchmal ein bisschen unklar, wenn man hier weiter kann, aber nicht. Nicht meine Vorlieben. Ja, das ist nun mal so. Okay, wir haben so viele Dinge da liegen. Das ist wahrscheinlich gelogen. So, nur bis hierhin. Okay, wir warten hier wieder. Wir brauchen eigentlich, um seine Fragen hochzuladen. Bitte indikiert, welchen von den folgenden Pattern, die du denkst, die du denkst, die du denkst, die du erkennst. Äh... Hier? Hier? Die yellow und orange... Okay. Es ist Trevor Hills! Nein! Nur eine Sache, bevor die letzte Frage. Wenn du mir mit mir leidest, die du denkst, 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 die du denkst. Ich will wissen. Nein, ich mag dieses Ding hier nicht. Subjekt 10392, klart Text, Trevor Hills, bedeutet nichts für dich? Was? Ach, come on, ich bin hier so spät losgelaufen. Ach, come on, ich bin hier so spät losgelaufen. Ach, meine Güte. So, come on, mach das hoch. Subjekt 10392, klart Text, Trevor Hills, bedeutet nichts für dich? Nein. So. Ich bin zu dumm. Ich bin einfach zu dumm. Man kann es nicht anders sagen. Ich laufe los, wenn es schon wieder runter geht. Holy shit. Oh, come on. Never, ever. Oh, Trevor! Okay. Das reicht jetzt. Subjekt 10392, klart Text, Trevor Hills, bedeutet nichts für dich? Ja, nein, nein, nein. Nein, nein, es betrifft keine Bälle. Ist Subjekt 10392 nicht in deinem Landesbruch? Oh, du meinst das. Ja, es ist es. Ich dachte, ich... Jetzt, 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 okay. Geht durch? Haben wir es jetzt? Ja. Ja, das freut mich ja. Und ich will be watching you, Miss Solano. 11, 12, 13, 13? Pfft, egal. Als lange as you have a badge with the right number, the more the merrier. We are leaving now. Into the bus, please. Okay, I'm back, Trevor. So is everything all right? Yeah, yeah, for sure. What's that all about? Well, they suspect me now. I'm not sure if he busted me, but I don't know. We better haul ass, man. Yeah, yeah. So I guess it's Angela? Yeah, it is. Angela Solano. The truth is, I really outdid myself when concealing my identity. But once Trevor had heard my real voice and my real name, what sense did it make to keep using an alias? Okay, Group 6. Please go ahead and get into the bus. Dann, let's go. Auf zum Bus. Einmal einsteigen, bitte. Good morning, everyone. Thanks for coming. Welcome to the Arcadia Central Station checkpoint. As you know, after so many years of requests, Arcadia, the city of tomorrow, is finally opening to the regular public. This entrance behind me is not only the first of many access points for all our visitors, it is a gate to Utopia. Either by visiting its iconic landmarks or strolling through its magnificent avenues and parks, every visitor will now be a part of American Arcadia. And our brand new security measures will guarantee the well-being of our visitors and that of all the Arcadian-born citizens. We're making sure that they can safely enjoy the posthumous work of my brother, Elijah Walton. And we're hoping they take in all that this wonderful city suspended in time has to offer. Thank you. Any questions? Yes. Mr. Walton, is it true that these new security measures are related to the incident known as the Arcadia 6 breakout? Um, I, uh, I won't be addressing any, uh, questions related to unfounded rumors. So, uh, but I will be crystal clear about this. Nobody in his right mind would want to leave a city like Arcadia. Mr. Clark. Uh, you know what? The press conference is over. Thank you. Okay folks, we are finally here. This is the Arcadia Central Station. Uh, my name is Rita and I was your tour guide today. Please have a safe trip home. We all hope to see you again really... Bla, 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 bla. Let's go. You're gonna make it. Yeah, looks like it. I'm a bit scared, to be honest. Hmm, to recht. What am I just gonna find out there, Angela? Oh, well, uh, the world outside is not that different. Just, uh, more modern. And uglier. Much of the technology you already know from here also exists out there. You know, shared cars, cleaning bots, flying drones. We have all those. We also have something like Aidenet, but with no restricted content, of course. We're having the inconvenience. What else? Um, we waste our lives looking at screens, but that's not too different from you guys, is it? Holy cow. If they weren't planning to kill me, I'm not sure if there is even a reason to get out of here, the way you put it. Remember to wear your access badge at all times. Hmm. 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 Yeah, that is a valid point. Definitely. Hmm. Hmm. Prinzipiell? Jingle? Jetzt bin ich aber gespannt. Was für ein Jingle? Oh oh, ich ahne Böses. Ich ahne ganz Böses. Ja, ja, wir tragen hier unsere Access-Badge. Äh, unser Access-Badge. So ein Anstecker. Von Arcadia zu anywhere in der Welt. Fast am Weg nach oben. Ich glaub, ihm geht's gar nicht gut. Oh oh, ich hab... Ich glaub, wir schaffen's da nicht durch. Was? Es war ein Schmerz. Take the worst headache and the worst dizziness you've ever had, smash them together, multiply them by ten, and you still wouldn't come close. Then the security guy says to me... Next, please. But I couldn't move. And if that wasn't enough, Angela says to me in the earpiece. Trevor? Trevor, come on. Move. I can't... Take a step. I just can't. Are you feeling all right, sir? Yes. I just... Need a... Security, please, come immediately. We might have a breach at gate B in lane 15. Uh oh. And then I see a six foot tall guy with a menacing look. Come up to me and say... Subject 10 392, clear text, Trevor Hills. You are violating the Burbank act. Title two, section 11. Unauthorized exit attempt from an enclosed or restricted area. No, 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 no. No, Trevor, get the hell out of there now. There's no use. I can't. Listen, if you can't move forward, then go back. But you gotta move now. Good. Trevor, do what I say, Conyo. 10 392. Stay right where you are. Subject 10 392 is attempting to escape. Initiate Interceptive Protocol. Interceptors! Get the subject, now! I can't believe it. Until then Interceptors were an urban legend. A high tech security force in Arcadia with the really cool sci-fi codename. It all started with the infamous leaked Arcadia 6 picture, you know? That one that Walton Media has always denied to be true. The guy in the back was believed to be an Interceptor. Most people just refer to him as the Tackleberry. Because he looked like that guy from the Police Academy movies. You know, helmets, sunglasses, leather jacket and all that. Anyway, I had worked in Walton Media for eight years and I never saw or heard a thing about those guys. As I said, it was just an urban legend. Until now. Because the Interceptors were real. And they really looked like Tackleberry. And they were chasing Trevor. Who now had to run a 100 meter dash while feeling like complete shit. Oh oh. What will we achieve? Let's go. 10-392! Stop running! Angela! Angela! What? I feel better. Yeah, yeah. I feel better. I feel better. Next please. 10-392! Stop running! Angela! Angela! What? I feel better. Yeah, yeah. I feel better. Yeah, go, 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 go. Oh, oh, another one. What? Ah! Ah! Where are we now? Go in the bus or what? Just go in and let's go. Why do these guys keep calling me? 10-3. It's 10-3 something. It's your citizen ID. What? This is no time for questions, damn it. Just run! Ah, we... Ah, we're... Ah, we're good on the bus. Ah! Wirf sie doch mal einfach in den Weg, oder so. Ah, tap! Okay, we're just too late. Oh, god! Ah! 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 Und dann? Hä? Ah, ich bin ein Trottel! Tap! Mach hoch hier! Ne, hä? Kann man nicht runter machen? Was? Warte mal, ich bin irritiert. Jetzt habe ich es. Geh zurück zur Station! Geh zurück zur Station! Geh zurück zur Station? Sind Sie verrückt? Hüpf, 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 lauf, lauf, lauf. Interceptors, behält die Pursuit. Wir brauchen irgendwie so etwas wie eine Waffe oder so. Können wir die nicht einfach mal abknallen? Können wir uns nicht eine Waffe organisieren? Das würde ich schon, äh, recht nice finden. Hüpf! Geh zurück zur Station! Interceptor Unit B, proceed! Hüpf, hüpf, lauf, lauf! Lauf, lauf! Ehh, naja. So, let's go! Hüpf, lauf, 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 lauf! So. Äh, viel Spaß mit dem Rückwärtsgang. Und viel Spaß mit dem Rückwärtsgang. So, was müssen wir jetzt machen? Der Elevator, schnell! 10392, stopp den Nonsens und zurück. Hüpf, zurück, 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 zurück! Komm! Hin und her. Hin und her. Oh, oh, der ist aber fix unterwegs. Was ist das? Eine verrückte Statue oder was auch immer. Und tschüss. Kann ich bitte ganz kurz durch hier? Danke. 10392! Stopp running! Oh Gott. Oh Gott. 10392 is escaping through the roof. Ja, macht's gut. Die sind aber auch fix im Sprinten. Aber wir haben bessere Ausdauer. Die kriegen wir uns nicht. Spring! Und springen. Und springen. Oh. Ah, okay. Wir müssen doch springen. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich fallen lassen soll. Oder ob ich über die Mauer rüber springen soll. Oh, ne. Ja, ja. Ist schon unterwegs. So, dann machen wir hier hoch. Und hier hoch. Und hier hoch. Und hier hoch. Und let's go, let's go, let's go, let's go. Gut, diesmal wissen wir Bescheid. Über die Mauer. Oh, guck mal, wie weit die weg sind. Gar kein Problem für uns. Und rutschen. Yay. Yo, 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 motherfuckers. Äh, wir werden sowas von sterben. Ja, das Gefühl habe ich auch, dass ich umgebracht werde hier. Okay. Holy shit. Great Trevor, you're halfway there. You can do it. Come on, you can do it. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, allerdings, das Leben würde ich auch lassen. Oh Gott. Das war's. Okay, nochmal. Let's go. So. Ja. Man, fucking crazy. Oh doch. Wir schaffen das. Oh Gott, ich war wieder zu voreilig. Ich dachte, ich schaff's noch über den Streifen. Ja. Ja. In der Tat. Okay, wir schaffen's. Wir schaffen's. Wir schaffen's mit einem Zug. Okay. Warte, wir warten ganz kurz. Okay, wir schaffen das. Ja. Okay. Und let's go. Oh. Oh. Das verknappt. So. Ich bin erstmal los. Ja. So anstrengend für so'n Bürohengst, glaub ich. I have an idea. Angela. Blue Fountain Mall is right there. I used to spend a lot of time in there when I was a kid. Mall? Are you sure that that looks like... I don't have much of a choice anyway. Yeah. Yeah. You're right. So jetzt noch Mall verstecken oder was? Naja. Okay. Egal. Wie dem auch sei. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, die Folge hier zu beenden. Hier haben wir nämlich einen kleinen Checkpoint. Ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir gerne auch einen Kommentar. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.